ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen! Es ist morgens früh! Es ist morgens früh! Hallo, hallo! Schaut mal raus, das Wetter! Ich kippe zu dem wässigen Stimmel! Bonnöse, das Wetter! Funktioniert alles? Funktioniert alles! Wenn nur die Blumen vergessen! Blumen für die blauen Blumen! Und ein bisschen verspätet! Ein bisschen verspätet? Aber alles okay! Regisseur hat verschlafen! Dieser hier! Regisseur hat verschlafen! Sonst bin ich immer bewusst, wie im Gestern... Ich bin bereit, aber ich bin gegangen! Hey, was machst du? Swipe to take off, genau! Oh, das ist so crazy, Mann! Findest du geil aus? Unser Drohnenpilot! Das sieht anders geil aus! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Du schaust dich zum Häusern oder so! Du kannst auch mal einen Blick da über ihn und da über ihn abschweifen! Das ist nicht okay! Ready? Ja! Go! So! Das war schon mal gut! Und jetzt machen wir, wenn es da ist, noch einen von der Seite... Schön! Schön! Den herzhaften, den schmackhaften... Yeah! Das ist gut! Ein eiskaltes Brötchen, das musst du essen! Was tut noch? Höchstens fühlt sich lecker! Okay, das haben wir! Wir können einem sehr grossiges rein tun! Das Wetter ist scheisse! Wir sind da am Drohnenfliegen... Ich erzähle eigentlich, was ist so ein Torlau... Aber äh... Deswegen noch eins zerst! Machen wir nochmal, komm! Ready? Action! Sehr gut! Zusammenpacken! Das war sehr gut! Yes! Hammer! Ingeborene... Local! Sie führt uns da durch... Ausländer! Ja! Sie sieht schon ein bisschen wie ein Bauer aus! Flammisch Ding! Das ist super! Das passt! Und äh... ja! Das ist auch... schön! Super! Aber wir haben jetzt den Dreh beendet... Ja, wir sind uns wieder ins Stall! Genau! Wie ist das vor? Ich bin vermutlich... Ich bin vermutlich... Von seinem Leben... Äh... Wie ist das vor? Das war... Untertitelung des ZDF für funk, 2017